jetzt zeigen wir die mal wie man nicht spielen sollte zeigen wir dem mal wie die engländer der hat mich weggeschoben hast du das gesehen unfassbar das weiß ihr wissen wir das sind jetzt rein die die gelachen torwart hat nicht reagiert dein daddy nennt sich da eben Eigentlich sollte der erste Pass feiern. Ja, das habe ich schon gedacht. Ok, Gravy spielt also? Ja. Dann ist schon mal dein Vorteil. Ja, nein, ich habe es noch gar nicht gesehen. Schön, ja. Ganz viel Ball ist. Ja, überhaupt nicht. Mein Spiel auf Feuer, du Vogel. Hallo. Hi. Oh, ne, das war zu früh. Was mache ich dann? Oh, Gott. Ich habe dich lauerer Müller, aber... Oh, ich habe ihn direkt da noch ankommen. Oh, schön, ich habe. Zwei doofe, ein Gedanke, oder? Ja, ja, und trotzdem kommt der da durch. Ich passt es nicht, ey. Ah ja, natürlich. Oh Gott, ja. Da haben wir uns das Ding wieder gegenseitig hin und her geschoben. Hm. Hier, Mitte, Mitte, Mitte. Ich bin, ja. Ich bin, ja. Ja, jetzt hat sie Mitte, 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 Mitte. Ich bin, ja. Ich bin, ja. Ich bin, ja. Ja, ich bin, ja. Ja, ich bin, ja. Ich bin, ja. Boah, geht Paul jetzt weg, du Schick-Scheiße. Wollen wir einfach nicht mal Paul. Können wir ja überlegen. Jawoll. Einmal mal nicht Dreieck. Oh ne, was ist das? Oh, ist der Kraul. Ich wollte mal ein bisschen Farben spielen. Ich wollte mir mal einen gelben Impfpass abholen. Das ist mein Corona-Nachweis. Alter, hier. Ein bisschen größer. Wo ist denn Detlef? Detlef, probier nochmal. Kannst du hier... Ja, sag dann, wenn du machst und dann jetzt los. Ich drücke. Es kommt. Da war einer von unseren KIs. Ja, er hat ja trotzdem ein paar Sittabschauen. Hier. Oh, der war gut. Wo wolltest du denn da mit hin? Ähm, eigentlich wollte ich Flanken, aber irgendwie Flanken extrem gerade, ja. Ja, vielleicht hat noch ein Mädel im Publikum gehockt vom... Ja. Wollt grad sagen. Ja. Ja. Das ist wie ein Baseball. Die fangende Baseball. Vielleicht hat er auch die... Vielleicht hat er auch die Merkel im Publikum gehockt. Den wollte er einfach mal in die Fresse schießen. Nein, das wollte ich nicht machen. Ne, das macht er ja nicht. Das ist ja seine Freundin. Jetzt bin ich abgelenkt wie der Merkel. Danke. Ja. Oh nein, da kann ja auch... Ja, das war ja auch nicht so. Ja, aber die Sünde wäre auch zu Recht gestraft gewesen. Ach. Oh, das ist auch eine schöne Flanken. Wenn die hat. Oh, das kann doch nicht was. Mein, was soll man denn noch mitgemacht? Ja, ich bin es auch nicht. Ich bin es echt nicht mehr. Das ist wirklich so geil. Können wir mehr ins Absatz. Jetzt Tietz da mit der Treuhüterin. Mhm. Nächsten Torwart. Oder weißt du mehr? Hat sie einen Penis? Ja. Hast du schon nachgekickt, ja? Ja. Krass. Immer alle mit deinen Augen. Jetzt konzentriert euch mal bitte. Ja. Mach mal da. Mach mal so gut. Ja, den will ich sehen. Hier bitte. Schönes Tor. Das kann doch nicht wahr sein. 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 Ich muss sagen, Astral ist wahr. Ja. Einwerter für tolles Monat. Nicht kratzen. Oh, Kai. Immer. Sie wollen in der Stiftung. Der Motor ist abgetaucht. Die kommt dieses Mal unten zurück. Flanke. Gleich Flanke. Gleich Flanke. Flanke, 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 Flanke. Ja, ja. Die kommen sogar. Oh. Ja, was aber bitte. Die kommen sogar. Die kommen sogar. Hey, da haben wir mal ein Schwein, als wie auch mal einer. Die Kotze. Hier haben wir sie. Wah! Die haben nicht mal mehr den Angriff, äh, den, äh, Dings gemacht. Also sie läuft da auch gerade, ob sie eh ihn drin hat. Tyler ist sexistisch. Habe ich dir gerade eben gerade lauter gesagt? Aber die lief ihm wirklich sehr komisch. Kai, ich hatte gestört. Ja. Mann. Ja. Konservieren wir so. Aber, aber ich rede von der Kackawurst. Was habt ihr denn jetzt geredet? Der Kackawurst. Nieder Wolf ist schon halb raus. Ja. Dass ihn immer nur das eine denkt, ey. Sehr schön. Ja, du weißt doch, norwegischer Burrito kann man auch damit dann, äh. Liebe Kinder, bitte nicht norwegischen Burrito-Bugeln. Ist ja eine 18er Variante hier, äh, bei Twitch. Ja, dann geht's doch. Oh, das kann doch nicht. Wir bieten hier, wir bieten hier, wir bieten hier, wir bieten hier auch noch, äh, Bildung, ja. Kannst du mal sehen. Nein, das ist keine Bildung, das ist nur eklig. Auch ekligische Bildung ist eine Bildung. Ne. Stell mal vor, das ist eine Millionen Mark-Frage, weil wer wird Millionär, ja. Und dann haben sie es bei uns, haben sie das, äh, gelernt, was das ist. Ja, ich habe ihn schon, ich habe ihn schon. Abseits. Ach, Abseits. Ja. So, so sieht es aus. Hast du gesehen, Pascal? Ja. Schwanz in dein Arsch. Ha, 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 ha. Oh mein, Alter, so. Ja, Schwanz in dein Arsch. Godless EA durchgehen, äh, mei. Also, also sind sie, äh, sind sie eben vom anderen Ufer. Da gehst du doch Bescheid. Äh, man, man. Die haben umgestellt, diese Söhne, ey, warte mal, warte mal, ach so, ich bin bitte, okay. Das spielt doch auf mich, wenn ich hier noch umliebe. Die sind immer ein Schritt zu spät, habe ich gespielt. Auch nicht, das hätte gar nicht gespielt, das war bald gespielt. Komm, Schiri, GM, um sowas abzugleichen, ist ein Witz. Spiel die hier von Halleheimer. Mach selbst. Ja. Oh Gott. Genau. Schau, wie sie droht. Ja, aber doch nicht in der Situation, da ziehst du einfach ab. Was willst du da mit Gefühl machen aus der Kürze? Mann, ich bin immer in der Nähe von Kuppern kriegen wir nicht. Ja, ich bin doch nervös, oder? Du aber auch vor dem Tor. Ja, da krieg ich ja schon mal ein bisschen Pipi in die Hose. Oh Gott, oh Gott. Oh, warte mal, warte mal. Oh Gott, da kam ich nicht mal hoch wie die die Schiene passt haben. Oh Mann, das ist zu scheiße, die Schiene ist zu scheiße. Danke, für die Pause. Oh, ich habe auch gut. Ey komm, wenn du da jetzt nichts draus machst, ich schwöre dich. Ich kann da nicht woher sein. Ey, der hätte es so nochmal runter machen können. Mann, 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 sag ich ja, ich krieg hier gar keine Pässe, geht ja gar nicht. Da waren mindestens 70-100% hier dabei. Der hat ja wieder den Witzkribbel dazwischen gehabt. Nochmal. Und hier machen wir es, guck mal, ganz, ganz entspannt dazu. Aber 15 Minuten. Oh, Mann, Mann, Mann. Erfolg, wo es durch die Nacht. Ja, wir haben uns verletzt. Abstieg hier, wie je... Oh, Mann, das ist ja... Kommt die Elenefischer nicht überhaupt aus in Wahrhand, also HSV der Ecke? Mehr? Wie die Elene? Oh. Oh, blöd, 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 blöd. Oh, Mann, wo ist das? Oh, Bot, jetzt spielt der Bot auch noch eine Scheiße zusammen. Das ist der Absicht. Ungewohnt schwach. Hat er die anderen Spiele von uns nicht gesehen? Das Klima nimmt uns mit der Chance. Was kann das? Wenn du auch nicht mal foulen kannst du diese kleinen Strolche ey. Oh, den Jiva guckt, die gerne super Strolche. Das war's. Ja. Pickle in Sandy. Na komm, dünne noch wenigstens, bitte. Warum machst du so was, wenn alles zu spät ist? Mann, Mann, Mann. Da jubelt er doch, ist doch eh auch vorbei. Wenn's um nix mehr geht, da trifft er. Ja klar, weil die Nervosität weg ist, weil es geht ja eh um nichts mehr. Ja, und da du wieso schon den Ehenpunkt hast, er dir doch nicht am Arsch lecken wollte, also was willst du denn mehr? Ja. Das kann doch nicht wahr sein, jetzt mach ich die Dora, ehrlich. Wir spüren die Saison jetzt noch zu Ende, ja, wie's ausgeht danach. Wie spät ist denn das eigentlich? Ich hab gar keine Ahnung, ich hab gar keine Hände, die Dorme. Ja. Gäste. Vielen Dank.